Und gesamt, wie gesagt, 38,961. Jetzt Silvia Mitova. Immerhin, diese Zahl, die wir gesehen haben, 28,962. Da fehlt ein glatter halber Punkt, dann wäre sie auch über 29. Und damit könnte sie mit vorne dabei sein, aber ein Fehler am Stufenbahn hat alles zunüchte gemacht. Das hier am Boden zeigt, ist phänomenal. Das ist eine Übung der Ekstraklasse, fährt die Zuschauer. Ja, gerade, dass Silvia Mitova vorinnern, bei uns, auch im Weltmessen, das in Paranen. Und das ist auch der Boden, der einzige Favorit in den Paranen. Das ist überwunden. Sie kann hier Europameisterin werden an diesem Gerät. Das ist allemal drin. Sie kann hier vor allem, das hoffen wir natürlich, Vietlana Pudinskaya in den Zweikampf liefern. Das hat sich vom Schrecken des Sturzes am Schwebebalken am Stufenbahn, Pardon, wieder erholt. Das ist an ihrer Bodenübung zu sehen gewesen. Doppelsalto gestreckt und dann der Salto vorwärts, fast schon in Schrittstellung im fließenden Übergang. Doppelschraube, wieder Salto vorwärts. Sehr sprunggewaltig, Silvia Mitova. Und da wird sie auch so zwischen 9,8 und 9,9 erhalten. Da gibt es eigentlich nur einen kleinen Fehler abzuziehen. Ansonsten nicht allzu viel. Und damit kann sie natürlich trotzdem noch eine vordere Platzierung erreichen. Sprung 9,712. Und damit hat er nicht pro Tempo eine Gesamtzahl von 28.